Die weiße Pracht. Voraussetzung für vergnügliche Winterurlaube von Millionen Menschen. Bei in der Sonne glitzernden Schneekristallen und wunderbaren Tiefschneepisten denkt wohl kaum ein Urlauber daran, dass Schnee im Gebirge auch ein zweites Gesicht haben kann. Ein Gesicht, in dem sich Gefahr, Zerstörung und leider auch immer wieder Tod widerspiegeln. Österreich investiert daher pro Jahr rund 40 Millionen Euro in Verbauungsmaßnahmen zum Schutz vor Lawinen. Gefährdete Pisten werden für Skifahrer gesperrt. Zusätzlich wurden die besiedelten Gebiete nach jahrzehntelanger Erfahrung in sogenannte Gefahrenzonen eingeteilt, um den Bau von Wohnhäusern und Pensionen in lawinengefährdeten Flächen zu unterbinden. Naturgewalten lassen sich aber kaum in Formen pressen. Schaukeln sich klimatische Einflüsse zu einem Extrem auf, wie es bisher noch nie beobachtet wurde, kann die weiße Pracht zur tödlichen Bedrohung für ganze Täler werden, wie im Februar 1999 in Tirol und Veradlberg. Binnen weniger Tage sorgten Schneefälle in ungeheurem Ausmaß für Schneedecken bis zu fünf Metern Höhe, führten zu Lawinen mit unvorstellbarer Zerstörungskraft. 38 Menschen verloren in den Lawinen ihr Leben, teilweise in ihren eigenen Wohnzimmern. Das österreichische Bundesheer stellte kurzfristig Transporthubschrauber mit Piloten zur Verfügung, um alle Gefährdeten in den Tälern eingeschlossenen Personen zu evakuieren. Weiters beteiligten sich das Innenministerium und der ÖAMTC mit Hubschraubern an den umfangreichen Rettungsaktionen. Große Unterstützung bekam Österreich dabei mit Hubschraubern und Piloten auch aus Deutschland, den USA, Frankreich und der Schweiz. Eine Vielzahl an Helfern beteiligte sich sofort an der Rettungsaktion, arbeitete Tag und Nacht bis zur völligen Erschöpfung. Durch ihre Hilfe konnten noch 24 Menschen aus den Lawinen gerettet werden. Nach der Katastrophe kehrte in den betroffenen Orten Galtür und Ischke gespenstische Ruhe ein. Zu der Trauer um die Opfer mischt sich die bittere Frage, was man tun kann, um derartige Katastrophen zukünftig zu verhindern. Nicht erst seit den Lawinenkatastrophen in Ischgl und Galtür wird in Österreich Lawinenforschung betrieben. So ist zum Beispiel an der Wiener Universität für Bodenkultur, am Institut für Wildbach und Lawinenschutz, die Schnee- und Lawinenforschung seit vielen Jahren eines der zentralen Themen. Wir sind jetzt mit dem Hubschrauber die wichtigsten Lawinenstriche abgeflogen. Spezielle Anbruchgebiete, was Sie hier sehen, sind die... Während der Lawinenkatastrophe im Februar 1999 wurden täglich Analysen der Wettersituation und Lawinengefahr durchgeführt. Das Institut für Wildbach und Lawinenschutz arbeitet vor allem im Bereich der alpinen Naturgefahren. Neben der Untersuchung von Hochwässern, Muren, Steinschlag und Erosion hat die Lawinenforschung eine zentrale Bedeutung. Oberstes Ziel der Tätigkeit ist dabei immer die Praxisnähe. Die Gewinnung der Daten im Gelände ist daher der Alltag in der Lawinenforschung. Die Forscher graben seit Jahren jeden Winter sogenannte Schneeprofile. Dabei erheben Sie Schneetemperatur, die Feuchte, die Dichte und die Kristallform in den unterschiedlichen Schichten. Derartige Untersuchungen werden periodisch an vielen Stellen in Österreich durchgeführt und können sowohl für die Beurteilung der Lawinegefahr als auch für die Bestimmung der Wirksamkeit von Baumaßnahmen verwendet werden. Am Institut für Wildbach und Lawinenschutz an der Universität für Bodenkultur haben wir im Fachbereich Schnee und Lawinen derzeit vier Forschungsschwerpunkte. Lawinenrisikoanalyse, Lawinenprognose, Lawinedynamik und Schneemechanik. Im Hintergrund können Sie eine kombinierte Verbauungsweise eines Holz- und Stahl-Schneestützwerkes sehen und Sie können weiters im Hangbereich oberhalb des Stützwerkes die Setzung mit unserem Schneedeckenmodell verfolgen. Untersuchungen werden durchgeführt, um die Kräfte zu berechnen, die von der Schneedecke auf technische Bauwerke wie Schneebrücken oder Schneenetze, aber auch Bäume ausgeübt werden. Die Simulation zeigt in unterschiedlichen Farbtönen, wie sich die Schneedecke bewegt und deformiert. Sie können Hangaufbau des Stützbauwerkes sehen, wie sich eine Druckzone ausbildet und Hangabwärts in Grün- und Blautönen, wie sich die Zugzone ausbildet. Diese Analysen können nun in Zukunft dafür verwendet werden, Lawinenstützbauwerke besser zu gestalten und zu optimieren. Doch trotz des heute vorhandenen Wissens über die Schneedecke kann man Lawinen oft nicht durch technische Verbauungen verhindern. Nicht zuletzt deshalb ist das Studium der Lawinen selbst von großer Bedeutung. Durch die Analyse von über 200 Lawinen aus ganz Österreich soll die Grundlage geschaffen werden, die Gefährlichkeit der einzelnen Lawinenstriche genauer bestimmen zu können. Für die Lawinenforschung sind aber neben den Katastrophenlawinen auch die kleineren Lawinen, welche tagtäglich unsere Verkehrswege bedrohen, interessant. An der Boku wurde daher ein Lawinenmodell entwickelt, mit dem sowohl kleine Fließlawinen als auch große Staublawinen berechnet werden können. Dieses Modell berücksichtigt neben der abbrechenden Schneemenge und dem Geländemodell erstmals die Schneeaufnahme während des Lawinenabgangs und liefert als Ergebnis nicht nur den Auslauf, sondern auch die Geschwindigkeiten der Schneemasse und die entstehenden Drücke. Für den Schutz von Verkehrswegen ist aber weniger die Frage interessant, wie weit eine Lawine geht, sondern vielmehr, ob sie überhaupt abgeht. Die Lawinenforscher entwickelten daher ein Computerprogramm, welches die gesamten aktuellen Schnee- und Wetterdaten mit den Geländedaten eines Ortes verknüpft und so den Abgang einer Lawine anhand des entsprechenden Geländemodells simuliert. Ein Prognoseprogramm berechnet die tägliche Gefahr von Lawinenabbrüchen auf der Basis aktueller Wetter- und Schneedeckendaten. Das Programm wird in der Praxis für die Sicherung der Speicherkraftwerke verwendet und hat sich im Winter 1999 bereits bestens bewährt. Durch die Kombination dieses Prognoseprogramms mit den Lawinenberechnungen wird es in Zukunft aber auch möglich sein, die Gefahrenzonen in den Tälern besser und exakter bestimmen zu können. Anhand von Erfahrungswerten entstand schon vor vielen Jahren ein sogenannter Gefahrenzonenplan für Österreich. Doch erst durch gezielte Schnee- und Lawinenforschung im In- und Ausland konnte dieser Plan optimiert werden und wird auch weiterhin noch verbessert. Jetzt können auch Maßnahmen des temporären Lawinenschutzes, sprich Evakuierungen, Sperrungen und Lawinensprengungen besser umgesetzt werden. Mit Besiedelung der Gebirgstäler nahm der Mensch die Herausforderung der Natur an. Zu den größten Bedrohungen gehören hier Lawinen. Viele Personen in einem engmaschigen Netz der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Forschungsstellen, Warendiensten und Einsatzzentren sind dabei die Verbündeten der bedrohten Menschen. Verbündete in einem steten Kampf bei extremen Witterungssituationen immer wieder begleitet von Katastrophen und Rückschlägen. Doch es liegt in der Natur des Menschen nicht aufzugeben, aus Katastrophen zu lernen, Schäden zu reparieren, sich für die Zukunft besser zu wappnen und die Herausforderungen stets aufs Neue anzunehmen. Aufwand und Preis sind hoch. Die 40 Millionen Euro, die in Österreich jährlich in Verbauungsmaßnahmen zum Schutz vor Lawinen investiert werden, spiegeln nur einen kleinen Teil der gemeinsamen Anstrengungen wider. Und dennoch gibt es nichts, mit dem man das wichtigste Ziel, den Schutz von Menschenleben, aufwiegen könnte. Gemeinsame Bestrebung ist es, das Leben in einem der landschaftlich schönsten Gebiete der Erde so sicher wie nur irgend möglich zu machen. Das Leben in einem der landschaftlich schönsten Gebiete der Erde Untertitelung. BR 2018